3, 2, 1 Edgar Rice Burroughs, der Autor der Tarzan-Abenteuer und von Caprona, das vergessene Land, führt uns in eine unbekannte Welt, in das Innere der Erde, um uns die Rätsel des inneren Weltraums zu enthüllen und uns in die unglaublichen Geheimnisse einer unterirdischen Welt einzuweihen. Der sechste Kontinent. Dark McClure kämpft gegen grauenhafte Ungeheuer aus einer anderen Welt. David! Dark McClure, Peter Cushing, Carolyn Monroe in der sechste Kontinent. Noch nie ist jemand von dort entkommen. Die Mäher sehen alles, was sie noch nicht richtig erlebt. Ihre Macht und ihre Verschlagenheit. Nach Lagenheit. Putz De Nejas. Draht Mo体! Draht Moes! Was ist die Borde? Wir, Dr. Perry! Wir! Atemlose Spannung am Rande einer Katastrophe. Eine todesmutige Expedition direkt in die Halle. Unglaubliche Abenteuer erwarten Sie in der sechste Kontinent.